Vertex, Ihr Spezialist für Arbeits- und Vereinskleider, alles aus einer Hand, bedruckt oder bestickt. Vertex mit Produktionsstandort Strängelbach, mit Showroom in Schütz und Zoffingen. Vertex, kommen Sie vorbei. Im Showroom in Schütz haben Sie die Gelegenheit, Qualität selber zu prüfen, anzuschauen, anzulängen und auszuwählen. So kaufen Sie nicht Katzen im Sack, sondern wissen genau, was Sie bekommen. Vertex für Vereine, zeigen Sie, dass Sie zusammengehören mit einem einheitlichen Auftritt, oder T-Shirt, Trainer, Hosenjacke, mit Logo bedruckt oder schick bestickt. Geben Sie einen Sponsor, eine offensichtliche Möglichkeit, sich zu präsentieren, Sie werden es Ihnen danken. Vertex für Firmen, ob im Laden oder am Arbeitsplatz mit Kundenkontakt bei den Aussendienstmitarbeiter, ein sauberes und gepflegtes Auftreten ist ein Muss. Die Kleider von Vertex sind solid und strapazierfähig. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter spüren, dass Sie ein Team sind mit einem einheitlichen Tenue von Vertex, vermitteln Sie Ihren Kunden die Seriosität von Ihrem Unternehmen auf den ersten Blick mit Kleider von Vertex. Bestickt oder bedruckt in der Schweiz mit Qualitätsarbeit. Vertex garantiert eine hohe Professionalität bei der Weiterverarbeitung. Vertex Kleider werden mit fairen Löhnen unter menschenwürdigen Bedingungen teilweise sogar in Europa produziert. Produkte aus fairem Handel, wir nennen unsere Verantwortung wahr. Vertex, wir stehen für einen hohen Service und das Freitagkunde. 했습니다. Wenn man mit PK Kundenkontakt bei der Weiterverarbeitung geht, malen das Erfahrung, wir должны auch nicht beras plantieren. liew zalm, was du reißen lassen. Wir sind sehr als